Herzlich willkommen in einer neuen Videoserie von Comexio. Ich möchte euch in dieser Serie zeigen, wie ihr in einem Smart Home Heizen und Kühlen mit oder ohne Wärmepumpe unter einen Hut bekommt. Dabei könnt ihr nicht nur eine automatische Umschaltung der Wärmepumpe von Heizen auf Kühlen realisieren, sondern ihr könnt durch die neuen Funktionen enorme Energieeinsparungen ermöglichen und somit euren Geldbeutel schonen. Mit dem Raumregler, der das ab sofort möglich macht, werden komplexe Vorgänge der Heizungssteuerung wesentlich vereinfacht. In diesem Video schauen wir uns gemeinsam an, wie ihr den neuen Baustein in eure Logik und Visu integrieren und von den Funktionen profitieren könnt. Bleibt dran und überzeugt euch selbst von neuen Comexio Raumregler. Wir beginnen, indem wir den neuen Raumregler in einen Funktionsplan ziehen. Nachdem wir den Baustein abgelegt haben, öffnet sich das Einstellungsfenster. Alle Menüpunkte Eingänge und Ausgänge sind im Reiter Hilfe erklärt. Wir können leider nicht auf alle Punkte eingehen, da dies den Rahmen des Videos sprengen würde. Aus diesem Grund begrenzen wir uns einfach auf die wesentlichen Funktionen. Durch das Dropdown-Menü-Funktion kann man die grundlegende Funktionalität des Bausteins festlegen. Zur Auswahl steht Heizen, Kühlen und Heizen und Kühlen. Letzteres nutzt man dann, wenn man eine Wärmepumpe besitzt, die beides kann. Jede Funktion kann in der entsprechenden Regelmethode realisiert werden. Man kann sich zwischen der PI-Regelung und der Zweipunktregelung entscheiden, wobei wir für wassergeführte Heiz- bzw. Kühlkreise immer die PI-Regelung empfehlen. Die PI-Regelung des Raumreglers ist selbstlernend und optimiert sich im Verlauf der Zeit selbst. Das hat den Vorteil, dass man für die vielen unterschiedlichen Räumlichkeiten keine weiteren Einstellungen am Regler vornehmen muss. Man muss sich lediglich in Geduld üben und warten, bis sich die Steuerung optimal für den jeweiligen Raum einpendelt. Wenn ihr also keine Umschaltung zwischen Heizen und Kühlen, ob automatisch oder manuell, wünscht, wählt die entsprechende Funktion Kühlen oder Heizen aus. Wollt ihr aber den vollen Funktionsumfang der Wärmepumpe nutzen, im Winter Heizen und im Sommer Kühlen bietet sich der Modus Heizen und Kühlen an. Dabei öffnet sich eine weitere Einstellung und ihr müsst wählen, ob es sich um getrennte oder kombinierte Heizkreise und Kühlkreise handelt. Kombiniert bedeutet, dass durch einen Kreislauf über den gleichen Stellantrieb gekühlt und geheizt wird, also der richtige Modus für die Wärmepumpe. Wie der Name schon sagt, nutzt man die Einstellungen Heizen und Kühlen getrennt für unterschiedliche Kreise, wie zum Beispiel das Heizen mit gewöhnlichen Radiatoren und das Kühlen mit einer Klimaanlage. Die Umschaltung zwischen den Funktionen Kühlen und Heizen selbst wird mit dem Baustein Raumregler zentral realisiert. Alle weiteren Funktionen des Zentralbausteins, wie auch die Programmierbeispiele der einzelnen Funktionen selbst, könnt ihr in den weiteren Videos dieser Serie finden. Abschließend möchte ich noch die Visualisierung der beiden Bausteine vorstellen. Sobald man die Bausteine in der Logik einsetzt, wird die Viso automatisch generiert und steht im Viso Editor zur Verfügung. Auf den ersten Blick kann man alle relevanten Informationen wie Raumtemperatur, Raumfeuchtigkeit und den eingestellten Sollwert sehen. Der Zentralbaustein zeigt mir optional die Außentemperatur sowie die durchschnittliche Temperatur im Haus und den durchschnittlichen gewünschten Sollwert an. Durch einen Klick auf den Baustein öffne ich die vergrößerte Ansicht mit vielen weiteren nützlichen Informationen und Funktionen, die ich im nächsten Video dieser Serie vorstellen werde. Das war der kurze und knappe Einstieg in den neuen Regelbaustein und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Im nächsten Video zeige ich euch, wie ihr unter anderem eine Nachtabsenkung realisieren könnt. Ich freue mich auf euch und bis zum nächsten Mal. Ciao!